ein schönen guten meine farmer freunde und agrarwissenschaftler heute machen wir angespielt farm will 3 wir hatten schon mal reingeguckt gehabt und heute zocken wir natürlich weiter vielleicht noch level ab was können wir noch machen ich weiß es selber nicht ich habe das spiel auch noch nie gespielt aber ich spiele es mit euch und wir gucken noch mal vielleicht den einen oder anderen gefällt es deswegen mache ich diese ganze schose hier und wir gucken natürlich rein alles weitere wie immer nach dem intro bleibt dran so und wir sind drin farm will 3 ja ich habe mein bild da oben wieder ausgenommen weil einige haben gesagt ja jetzt ist das bild an der seite natürlich größer ich musste das seitenverhältnis noch ein bisschen haben bloß wenn ich dann darüber hänge ich hätte gerne gesehen wie viel diamanten hast wie viel geld du hast ja gut dann machen wir das jetzt so ich denke mal damit sind wir dann alle zufrieden so wir müssen erst mal gucken was machen wir denn hier überhaupt wir gucken mal hier unten erst mal so was haben wir denn da können wir rinder kaufen und sowas sammeln ich muss mich selber erst mal selber auch noch sammeln hier orientiert was haben wir hier oben beseitige beseitige büsche und bäume und unkraut ok das können wir machen das können wir machen zwei bäume noch und zweimal unkraut das ist doch guck mal den können wir da braucht man ja genau da braucht man ja flecken unkraut ja genau da haben wir ein zwei und hier und das ist doch bestimmt baum jawoll damit haben wir doch dann unsere belohnung fertig ne zack und zack und zack das holzgurt jawoll und flächenfrei jawoll da blinkt das schon auch belohnung abholen was kriegen wir denn als belohnung da 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 oh ungewöhnlich jawoll zwei mein hund und zehn energien dazu sehr gut so das ist wirklich ehrlich gesagt das ist voll komplex hier was kann man hier noch anstreichen äh verhalten ja machen wir doch das mal haben wir ja schon so wir müssen wir müssen glaube ich mal ein bisschen was ernten hier sonst können wir überhaupt nämlich nichts machen das ist wirklich eigentlich eigentlich ein schönes spiel voll genial sage ich mal so plop 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 so hier können wir noch mal ne geld können wir hier holen und liefern wir mal ab jawoll so hier haben wir fertig baum baum hier scheppert das aber auch baum jawoll können wir noch mal mit Öl herstellen ja können wir auch hier und machen wir auch noch mal rein da so hm was haben wir hier die ist verliebt super was gibt es hier post wir haben post danke für deine anmeldung ok da 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 und 20 sehr schön damit haben wir gleich ein paar mehr so hier oben hier oben können wir bestimmt kaufen ne ja 450 juwelen für 5,50 euro ok ok kleiner pharmakoffer freischaltung ok ja ja zu kaufen gibt es auch Waren zu kaufen kaputten ok sehr gut sehr gut so hier haben wir auch noch mal ein gebiel ah gratis was ist da sammeln sammeln wir doch mal ok selten aha aha wahrscheinlich noch einen film angucken da gibt es noch extra was wahrscheinlich dazu so was hat er denn hier unten zack schalten wir beim spielen mehr avatare frei ok hm was schalten wir da frei hier was ist sie denn hier überhaupt machen wir mal so was will sie stück ton vom dreck finden ok hier war doch hier so ein dreckhaufen gewesen ne komm her zack energie weg kriegen wir da was gucken wir mal jawoll und zack da können wir doch dann hier die bedienen und machen wir mal roms dann gibt es ah was können wir dann da verfügbar da können wir die scheune anders machen aha ok so was haben wir hier ach die kommen die erfolge rein ok hier geld abzocken hier ist auch einer ach ja das ist ja verliebt und dann machen die ja kleine hühnchen hier hier haben wir brot fertig bereit so zack herstellen äh hungrig ja sammeln wir auch gleich mal ein oh die erscheppern die diamanten so was haben wir hier auch wieder was äh um Blumen zu graben einen brunnen ok machen wir doch das mal verbrauche wasser repariere folgenden brunnen ok wo ist denn der brunnen hier springt man ist ja schon ausgewählt äh jetzt bin ich ich glaube jetzt stehe ich ein bisschen auf dem schlauch wo ups wo ist denn der brunnen ok gucken wir gleich wir ernten erstmal hier so ein bisschen ähm ja machen wir hier nochmal ein bisschen Bohnen rein hier füttern wir so hier können wir nochmal freischaufeln äh wir haben alles so Geschenkekarton ansehen ok ja da kommen wir dann in so ein film mit Räunchen und dann kriegen wir nochmal eine kleine Belohnung was ist das hier hm ja ah ah die Werbung habe ich noch nicht gesehen die Werbung habe ich wirklich noch nicht gesehen äh was gibt es denn da wir wollen uns einen Ballon oder was jawohl ok und ab dafür sunrise village ok ok das war nicht gut machen wir so und zack weg ok was kriegen wir dann äh verbleibende Gegenstände oh zwei und oh zwei Diamanten und zehn Taler auch nicht schlecht so hier füttern wir nochmal wunderbar so hier hauen wir nochmal den Dreck weg großer Farmkoffer für 2000 haben wir nicht haben wir leider nicht ok ok und zack so ich bin bisschen überfordert hier blinkt es und hupt es so fünf Freunde haben wir auch nicht schlecht äh jetzt hängt das hier Farm besuchen Flamingo Ranch ok äh ja da kann man Geschenke senden da kann man Geschenke senden senden machen wir doch gleich mal wir sind doch hier in Geberlaune zack 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 und das war's nee zack oh sie hat hier Lona hat zwei Farm ok ok mehr geht leider nicht tut mir leid aber die anderen kommen nächstes mal dran so hier nochmal ernten und ich hab keine Möhrchen mehr ich habe keine Möhrchen mehr die könnte ich die konnte ich doch auch hier irgendwo kaufen ne ah wo war denn das puh ein Feld haben wir 10 von 10 10 ok 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 oh jetzt bin ich aber genau Heinz Holz hier jetzt bin ich überfordert wo war denn das irgendwo hatte ich es doch eben gesehen ach ja die kann man ach ja kannst du einfach rüberziehen dann sind die da ok können wir hier schon lang kaufen ne Stufe 11 ne so weit sind wir noch nicht können wir hier überhaupt schon irgendwas und hier ho Stufe 33 und hier Stufe 8 da sind wir nah dran da sind wir doch nah dran so ja dann rüffel das hier mal weg ja wir müssen auch ein bisschen gucken hier auf die Energien und schon ist das hat sich das hier alles erledigt ne so machen wir hier nochmal ein bisschen Soja genau können ja nicht schaden haben wir nicht mehr haben wir nicht mehr und hier können wir nochmal einmal weg machen ok dann haben wir Holz ist auch fast voll hier das Lager so hier haben wir Brot schon fertig und hier stellen wir noch vielleicht können wir hier nochmal genau herstellen herstellen und herstellen wir können ja mal ein paar Diamanten hier ausgeben so hier können wir jetzt nochmal verkaufen hm hier ist auch fertig so verbessern ah fehlt uns was ah ne 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 das wollte ich nicht so da kommen wir zurück und liefern hier hier gibt es doch irgendeinen Pokal haben wir doch hier schon jawoll Münzmeister haha sehr cool sehr cool zack und hier nochmal liefern und dann haben wir hier oben freigeschaltet und was gibt es dafür weiß ich nicht hier unten Rinder sammeln und hier auch nochmal sammeln ok und hier haben wir die Box was gibt es drin nun jawoll und 75 altern und Zaun Geschenke Astreun Astreun hier guck mal hier gibt es EPs und komm wir wir füttern dich einmal ja zack und dann kannst du nach Hause gehen und hier wird weiter geliefert Roms so was haben wir hier oben wir müssen reparieren wo ist der dann ach da ist er genau ah Stufe 8 haben wir ja noch nicht können wir noch nicht machen wie viel fehlt denn es denn uns noch 5 das dürften wir doch fast hinkriegen oder so hier können wir noch einmal liefern so hier kann man kaufen ok können wir den schon bedienen Stufe 11 Stufe 11 erst ok das dauert noch hier haben wir schon 1 fertig dann legen wir noch mal 1 rein hier hier haben wir noch mal was zum beliefern das läuft läuft so ok da läuft's da läuft's auch komm einmal liefern wir noch hier so ein Ei okie zuckie so hier ist fertig ernten wir natürlich gleich mal und dann haben wir hier noch mal ein bisschen Sonnenblumen rein und so machen wir so machen wir mal so genau hier können wir auch noch mal holen zack aber EPs kriegen wir nicht wir müssen irgendwie an EPs kommen gucken wir uns noch mal ein Film an denke ich vielleicht was interessant ist Matchmaster 3 World Championships oh ne das ist ah ne 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 das ist nicht unbedingt diese Beduldsspiele das ist nicht unbedingt so mein Ding aber vielleicht kommt man dann das ein oder andere nice nette angezeigt hier aber das ist nicht unbedingt hier 1 wie gesagt wir eher so Richtung Farmspiel und sowas das ist schon geiler so hier läuft's oben ab und dann boom machen wir zu was bekommen wir denn bam 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 oh 20 München ok ok und hier haben wir noch mal einen hier 39 München jawohl dann liefern wir doch auch mal ab können wir die anderen hier so ein bisschen das können wir noch wegschmeißen ne und hier schmeißen wir auch mal weg und hier könnten wir noch gleich kriegen und ja das schmeißen wir auch mal weg so dann dauert das noch ein bisschen so hier haben wir die nächste Box ein Huhn und was ist das Pflastersteine dreimal und bam eine Zypresse ok hier haben wir doch schon mal ein paar jawohl bam 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 und Level 8 jawohl wir können hier abholen da gucken wir natürlich gleich nochmal rein hier hier kann ich ausbauen ah für 10 ok den Laster können wir auch ausbauen naja nicht mehr so was haben wir hier die Mühle wir ballern hier nochmal eine Mühle rein wir ernten ja jetzt geht das hier aber ratzi fatzi so Brot auch fertig hier können wir den ersten schon machen ein Omelette sehr gut äh was ist das hier ach ja hier genau freischalten für 175 ja die haben wir doch und jetzt können wir den Brunnen bauen ah da fehlt uns Holz verdammt ah wir haben 60 oh ja wir haben hier 60 gekriegt das ist doch schon mal geil dann können wir hier schon mal ein bisschen was alles abholzen guck mal hier ist auch noch ein Baum und zack weg damit und auch wegreißen und hier reißen wir auch gleich mit weg dann haben wir doch das schon alles ach müssen wir ja auch einsammeln ne zack zack ah wo ist er denn da zack zack und einmal füttern jawohl 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 und hier kleine Tierkiste verschwindet in einer halben Stunde ja und hier können wir ausbauen okay dauert 10 Minuten 10 Minuten dauert die ganze Schose okay dann können wir hier schon mal so ein bisschen wegmisten guck mal hier das bringt alles Holz ah keine Energie mehr ja man ist auf Energie hier so ein bisschen angewiesen aber da kann man alles schön frei machen so hier haben wir ein Kapparim verbrauche Wasser okay wäre das nächste hier kommen wir an die Kiste dran so viele Diamanten haben wir gar nicht oder Rubine was soll das kosten? wir geben sie mal aus komm wir gucken mal was drin ist ein Huhn nicht euer Ernst und zwei ja ja okay 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 anzeigen und zack keine Energie schade okay jetzt haben wir hier so ein tolles Huhn dann können wir das hier anbauen hoffentlich ist blockiert okay ja wir müssten hier noch viel viel mehr frei machen okay so hier haben wir noch mal einen liefern wir noch mal hier ist ein Brot fertig jawohl dann können wir hier noch mal ein Omelette reinschmeißen ja wir haben Level 8 geschafft sehr nice und wir sind hier schon auf dem besten Wege Level 9 Förster Turm hier gibt es schon geile Sachen aber wir müssen erstmal eins auf der Seaseren machen und hier äh ja bauen und frei machen und es fehlt Energie aber das ist typisch Singer alles läuft nur durch Energie hier können wir auch ausgewählt warte mal können wir den ausbauen kaufen na 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 dann können wir noch nicht machen okay okay das sollte gewesen sein für heute erstmal reicht ja auch schon war ja schon viel Bretterei hier und wir ein Level up und äh ja wir machen das das nächste Mal zocken wir da Moment einen sehe ich hier noch einen sehe ich noch was können wir hier noch machen was können wir hier noch machen da können wir noch ein bisschen mehr bauen für Rinder und hier für andere Rinder okay okay wie gesagt das sollte es für heute erstmal gewesen sein wir sehen uns im nächsten Video was ich das nächste Video mache weiß ich noch nicht eins von den Spielen auf jeden Fall zocke ich euch nehm man nur mit euch äh ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen wer noch kein Abo hat lasst unten klickt das Abo wenn ihr wollt oder gleich bescheiden wissen wollt wann ich online bin wann das nächste Video online ist macht mit Glocke dran dann verpasst ihr kein Video von mir ansonsten viel Glück da draußen schönes Leben wie immer euer Onkel Jens dass ihr LDL da rinder wir versuchen eins niejsze ich ி für